Hi Leute und willkommen zurück zu Final Fantasy 15 Comrades. Und wir machen natürlich jetzt mit den Aufgaben weiter. Die beiden werden wir noch nicht machen. Das hatten wir jetzt auch schon. Dann müssten wir mal das versuchen. Und das schaltet auch irgendwie noch mal was frei. Okay. Ich hab... Nur Chancen gleich. Ich seh das schon. Alle da? Okay, da habt ihr auch die Buffs. Hm. Ich befeuern die einfach mal so aus der Entferne ran. Ja, natürlich. Ich stand halt extra weit weg. Ich habe die gegenübergest欄. Ich packe mich schon mal. eks-zub- Ich bin aus meiner Sprache 4. Ähm. Ja. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Ich bin wie verwirrt. Warum wird durch das Gift meine Buffs aufgehoben? Ich bin wie verwirrt. Ich bin wie verwirrt. Ich bin wie verwirrt. Was mit normalen Spielen und dann gebufft auch noch, wäre das bestimmt gar kein Problem gewesen. Ich bin wie verwirrt. Und hier nur so ein Todesschutz-Buff. Und gucken mal, was wir jetzt freigemacht haben. Nö. 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 Etwas sollten wir doch jetzt freigeschaltet haben. War mir nicht so... Ach, hier die Stadt, ne? Wir haben immer noch keine Ahnung, wo der König abgeblieben ist. Zusammen mit der Königsgarde haben wir eine Weile lang im ganzen Land nach Spuren von ihm gesucht. Aber irgendwann haben wir die Suche abgebrochen. Seine Freunde waren einverstanden. Dann sind sie losgezogen, um sicher zu bekämpfen. Okay. Hm, 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 hm. Okay, zwei von vier. Und dieser Truck ist, glaube ich, da unten. Ohne? In den Sonnenjahr war wohl eine Art... Nee, das ist einfach nur so ein Park-Symbol. Aber damit müsste man wegfahren können. Mal schauen, wie es bei den Annenstädten aussieht. Aber heute kann man, hm, viel zu betrachten. Okay,高 Waffen, 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 Waffen. Imperiale Axt, Imperiale Kling, 3, Magie, Verstärke, Verteidigung, Alter, Himmelswasser, Zine, erhöht den Schaden von Angriffen in der Luft um 10%. Und Klamotten. Oh, so eine richtige Rüstung, cool. Wir werden mal beides mitnehmen, ein Händler war hier noch. Ah, der Normale. Ich hoffe, es ist was für dich dabei. Chidori. Blitz. Katana. Fechtskolben. Rompaya. Neuer Speer. Und ja. Und neue Dolche. Giftarmbrust und Jagdarmbrust. Schilde. Wäh. Kaguni. Bomenet. Du kannst was? Dachchen. Rohstoffe suchen auf Zeit. Finde Abbaupunkt und grabe nach Rohstoffen. Okay. 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 Okay, gibt's den... Da ist noch was. Da ist noch was. Ja, da war sogar Strom. Komm schon. Ist die hier echt so ein Gebiet eingezäunt? Okay. So, jetzt zu euch. Tauschhandel eröffnen. Bei Magitech-Händler. Das ist der andere, ne? Brauche ich von dem jetzt noch irgendwas? Okay. Okay. Gesichtsbemalung. Okay. Vielen lieben Dank. Ich bin gemeinsam mit ein paar anderen Menschen aus Niefelheim hierher geflohen. Ich glaube, meine Erfahrung als Zugführer hat mir dabei geholfen, alle sicher ans Ziel zu bringen. Kappa. Ja, ja. Genau. So, zu dir wollte ich jetzt... Bei dir kannst du nicht mit Geld bezahlen, stattdessen erhältst du Dinge im Tausch für andere Gegenstände. Ja, ich bitte nicht mit einem Schiff, aber ich würde mir hier hergestellt haben, weil ich ja auch wieder eine Frage gebe. Also, wenn ich nicht mehr mit irgendwelchen Schäften haben kann, dann geht's doch immer wieder mit einem Schuss. Äh... Makatsuki, Niedermähen und Außenseite, erhöht für jeden Gegner im Umkreis den verursachten Schaden um 20%, setzt standardmäßig einen Flächenangriff, Niedermähen als Kombo spezialisiert, nicht schlecht. Jetzt ist was... Ah, okay. Ich wollte eben sagen, es hat nur 5 Angraufskraft, aber es hat Tod. Lässt Feind durch gewöhnliche Attacken gelegentlich sterben. Einfach so. Das ist klar, es ist einfach nur ein Schild. Ritterlanze, Zertrümmer 2. Er hört den Schaden auf zertrümmerte Teile des Gegners um 30%. Das ist ein Angraufskraft von 99. Okay. Finde ich auch. Dann... Fahren wir noch... Ja, fahren wir noch in die andere, nach Altlist-Tallung. Konnten wir da auch schon wählen? Ich weiß es gar nicht. gi, aber wie im论en wird, in die Kraft, in letzter Donnalten, um denенд aproveit'. Das war alle, we céus willkommen, in der Kraft, in der Kraft. Und dann wollen wir das daneben. In der Kraft! Und... Jetzt schauen wir mal hier rein. Da gibt es auch Chocobons, ja. Für jedes Problem die richtige Lösung. Morgenstern. Obelisk. Blitzspeer mit Blitzschaden. Skramasake. Heilmagie. Antidot. Heil beim Einsatz. Gift. Cool. Schild ist klar. Und... nochmal ein Blitzwurfstern. Man sieht sich. Okay. Okay. Schönen guten Tag. Sehen Sie sich ruhig um. Metallstücke... Kapitän und Dynamo. Okay. Okay. Also, bis zum nächsten Mal. Schönen guten Morgen. Schönen guten Tag. Vielen lieben Dank. Wer steht hier nur rum. Kenny Willkommen Chatfrasen Kenny Crow's Dekor Die habe ich schon mal gesehen Und das Kostüm habe ich auch schon mal gesehen Ist abgeschlossen Was? Die sich haben die Fritteuse kaputt gemacht Die Schweine Okay, jetzt ist der Part Noch ein bisschen anders geworden Als ich eigentlich wollte Aber egal Wir suchen uns jetzt noch schnell Noch mal eine leichte Aufgabe Machen die noch Und dann reicht es auch für den Part Ist was für dich dabei? Das sehen wir gleich 18 Okay, 18 ist das niedrigste Moment Ähm Den kann ich Das Ding hier nicht mitnehmen Blitz gegen Blitzmonster wird nix Verstanden Sei vorsichtig Oh, jetzt Ist vorbei Kenny höchstpersönlich Ist im Team Stufe 27 Warum kriege ich denn sowas nicht Wenn ich Eine Hi-Quest mache Natürlich Ich spring mich an Und ich habe die gar nix getan Und ich habe die gar nix getan Und ich habe die gar nix getan Ich habe die gar nix getan Ich habe die gar nix getan Oh Kenny, du schaffst es. MAU! Komm her, du Katsuru! Schade, dass die Klimation so lange ist dafür. Nu hat Kenny getötet, das Schwein. Oh, nein. Oh, nein. Ja, natürlich, wie wir alle sterben, ey. Kenny, you must survive. You must survive, Kenny. You must survive, Kenny. Heide, hast du drauf? Ja, voll Heide. Ja. 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 Komm, stehen jetzt. Hallo? Ich will die nur mit meinem Hammer geben. Ich stehe jetzt. Perfekt. Gut gemacht, Kenny. Leute, Kenny ist der Beste. Okay, hast du was? Nein. Was gibt's? Das ist noch nicht frei. Was war denn das? Irgendwas müsste ja jetzt wieder frei sein. Hier. Oh nein! Es fehlt ein paar KW. Okay, wir könnten jetzt den Powerbarriere Steal bekommen. Dazu führen uns aber ein paar KW. Das schaffen wir dann im nächsten Part. Ich werde noch ein paar Waffen verbessern. Bis dahin. Tschau, Leute. Ich werde das auch gut. Und das war's.